Der Konziliarismus besagt, dass die Entscheidungen der Konzilien unter bestimmten Voraussetzungen höchste Autorität beanspruchen können, der sich selbst ein Papst beugen müsse. Als Bedingung dafür galt, dass ein Konzil formal korrekt einberufen sein und die ganze Christenheit repräsentieren musste. Der Konziliarismus entstand im Spätmittelalter und war dem Problem des großen abendländischen Schismas geschuldet. Die Via Concilie erwies sich als der einzige Weg, die geteilte Christenheit wieder unter einem Papst zu vereinen. Das Konzil von Konstanz legte zu diesem Zweck seine eigene Machtbefugnis im Dekret Hech St. Darfest. Ein weiteres Dekret Frequenz schrieb die regelmäßige Einberufung von Generalkonzilien in der Zukunft vor. Innerhalb der katholischen Kirche wurde der Konziliarismus vom Konzil von Konstanz und in seiner Nachfolge vom Konzil von Basel vertreten. Vom Fünften Lateran-Konzil jedoch wieder zugunsten des päpstlichen Primats abgelehnt. Wichtige Theologen des mittelalterlichen Konziliarismus waren Konrad von Gelnhausen, Heinrich von Langenstein und Jean Gerson. Entscheidenden Einfluss auf die konziliaristische Theorie hatten auch Jean Quedot, Marselius von Padua und William von Ockham.